Dann kriegen wir noch heute hier mal sieben Freispiele, so was zieht er uns denn durch hier? Zwei, dein Ernst? Knauserbacke Zwei, zwei, drei, 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 und wir nehmen ja noch eine runde freispiele dazu dafür reicht sie nicht schade und uns werden mal hier acht freispiele vergönnt na bringen die auch etwas vernünftige das ist ja eine üble veranstaltung so dann schauen wir weiter, hier schön Idiot und hier war 10 freispiele, auf geht's und hier war 10 freispiele, auf geht's und hier war 10 freispiele, auf geht's da m Das war's. Das war ja nicht die Welt. Und mein Röntchen, Hidden Lands, los geht's. Kann man hier mal was vernünftig gewinnen? Schafft ja mal Null. Na, Verleckerung? Ne, natürlich auch nicht. Sehr armselig. Und hier war ne Runde Freispiele, 4 Euro Einsatz. Mal schauen, was das hier schön für uns gibt. Muss denn das immer sein? Ach, so ein Krempel immer. Ach, so ein Krempel immer. Das ist ein Krempel. Ich habe ja nicht mehr als Krempel. Ich habe ja nicht mehr als Krempel. Das schafft ja Meier auch nicht. Verlängerung, na Wahnsinn. Na ja, vielleicht kriegen wir das doch noch voll. Jetzt wird es schon mal der Schnellrunde. Na ja. Die Schnellrunde. 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 Verflickst noch ent. Und wir gucken mal hier noch in die Schnellrunde rein. Multiploads. 4 Euro Einsatz. Los geht's. Ein Action-Game und Köpschen! Wechseln sie schon mal. Was ist das? Was ist das? Du wu-w-w-bucket? Oh, da geht mal so ein Vollbildchen, das wird mal Oh, da geht es mal Oh, jetzt wird es langsam eng, wenn hier eine Stundenecke kommt So schnell kann das gehen, so schnell sind die Kohlen weg Und dann mal hier ein paar Drehungen Was geht's Oh, da geht's Los, zeige unsere Raketen Nicht zu knapp Das volle Walzer Auf Nummer 1 1, 2, 3, 1 hoch 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1 hoch Aber so langsam. Da ist wohl nichts dabei. Oh, los jetzt aber. Und jetzt voll, Mann. Na. Ist denn der zu fassen? Ja. Ja. Und Runde frei für Golden Temptation. Und los. Ja. 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 Jetzt war aber ein Stück hoch hier. Wo war das falsche hoch? Ja. Der hat mir zu viel Hunger. Spielwechsel. Und heute mal ein München Sonnenkäfer. Start mal mit einem Euro. Los geht's. Mal gucken ob da oben was passiert. Ja. Der ist schön. Mal gucken. Dem oben ein paar mal. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. 40 nehmen sollen. Boah der zieht ja richtig fix hier. Richtig übel. Krass, da dauert es ja richtig Falpe. Das ging schnell. Einmal nix. Und heute schauen wir mal hier eine Runde rein. Zwei Euro. Los geht's. Jetzt aber los. Was ist mehr davon? Was noch hinten? Los! Komm! Ah, schade! Super Spins! Ah, die 3 schaffst du auch noch! Ah, schade! Klingelt da schon mal! Wow! Das hat er schon mal geschafft! Nee, Schwiebel! Gerne nochmal! Hm, das wird nicht sehr viel! Super Spins! Super Spins! Ach, ey, bisch-misch! Wie geht's auf? jetzt wird er aber schon wo ja hier ja Muss mal voll knallen, das schafft wenigstens. Kommt ja auch nicht nach. Boah, da geht noch so schön Kohlen dahin. Ja, da geht noch so schön. So, jetzt könntest du aber voll machen, das Ding hier. Bauer 140 draus, naja, du bist doch ohne Handsaber. Schwere Geburt. Alter Verwalter, naja, kleine Plüsschen ist es ja. Juti, dann soll es das hier erst mal gewesen sein. Das war Achilla. Und heute gibt es hier mal eine Runde. Zwei Euro Einsatz. Los geht's. Gucken ob das grüne Ding vorbei geruscht kommt. Schon durchgerauscht. Das ist der erste. Klingel da schon. Wow, da wird nicht mal schon mal ein Anfang ist hier. Ja, da lacht sie. Das ist doch schon mal nett. Mit Meier hier. Gucken ob wir noch was hinkriegen hier. Also haben wir noch ein bisschen mehr. Es kommt noch ein Röntchen. Nicht so zaghaft. 20. Ein bisschen weniger. Machen wir mal das Rot weiter. Ah, gar nicht mehr. Jetzt will er über den Jutje gucken. Ah, wieder nicht. Verflexte Risiko. Ja. Ja. Man, der haut ja das Ding raus. Jetzt wählen wir mal nicht. 41. Wäre ja ein Fall für die Karte, aber der hat uns schon hier noch veräppelt. Ja. 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 Das war's. Ah, schon ist er ruhig mit seinem Bommelagen. Oh, schon ist er. Oh, Vollbild A, na das ist doch mal was. Wow. Geil. Haha, 200. So muss das, dadurch haben wir erwartet. Da lacht sie. Sehr schön, das hat sich doch nicht lohnt. Her damit. Schick, 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 schick. So, lassen wir uns den Spaß mal auszahlen. Und hier mal ein Ründchen. 4 Euro ein Satz. Zwei. Man sieht. Schick, Gardiner. Ach so. änderges signed. ahlr Geh da, noch mehr davon. Fasten Verstehen Maschinen Schnau 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 Hallo, das war ne Fütenbarger hier. Mach doch nicht, schade. Und heute mal hier ein Röntgen, 2 Euro Einsatz, los geht´s, gucken ob es hier was Schöner gibt. Der ist sofort gewesen. Weg da, weg da, hoch, hoch, hoch. Fünnmal, auch weg. Oh, komm, zeig uns ein paar Kronen. Der 15 hat er ja. Oh, das riecht noch auf 300 wollen wir. So wird das nix. So wird das nix. das ist eine andere Seite fällt sich oben Kannst du vergessen, die geht nicht hoch der Dras. Vielleicht sollten wir nur die Sofortgewünne mitnehmen. Bist du, hat er gehört. 24, los jetzt mal. 56. Komm jetzt muss er aber mal. Wo ist er nicht? Wo ist er nicht? Ja, in der Mitte ist noch ein bisschen blöd. Gibt mal ein bisschen Materie hier. Ach, mach das kaputt. Wie ist er? Kaum nimmst du ein paar Groschen hier. Ja. 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 keine Kronen, du doch nicht! so ein Verbrecher ja, froh ich es dir war so ein Verbrecher so ein Verbrecher nicht Karte ist ja mal ein richtiger Griff im Klo hier heute da wird ja noch hundern auf der Uhr jetzt müssen wir vielleicht doch mal ein bisschen was mitnehmen 34 oh das waren noch ein paar mehr Kronen 64 sollten wir uns die sichern da Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! G-G-D-Dah! Uh oh! Drei zehnt 45 und 8 Meiei Mit einem kleinen Pufferarm Mit einem kleinen Puffer da falsche richtung da fällt er zurück sehr schön aufregend hier so ich glaube ich suche mir mal ein anderes spiel aus dann gibt es mal eine runde jimmy's cloud ein k ein k ein k ein k ein k Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020